Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker 1 Level Per Day. Das heutige Level wurde uns aus dem schönen Österreich übermittelt, nämlich von dem Passi, wahrscheinlich Pascal. Keep Spin, sagt er, und hat eine Abschlussrate von 13,39%. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Das ist ein Automatik-Level. Keines Automatik-Level. Ich würde mir die Spin-Taste gedrückt halten. Okay. Kommen wir zur Bewertung. Hat mir das Level gefallen. Also es war jetzt wirklich kurz, knapp und ja. Es ist so zwiegespalten, deswegen wird im Zweifel das Angeklagten... Also ich fand es jetzt nicht schlecht, die Idee, aber... Da war zu wenig Action, bin ich ehrlich. Also einen Wiederspielwert hat es nicht. Die Kreativität war da, aber wie gesagt, es fehlte mir ein bisschen die Action. Tolle Gegner-Spaim gab es auch nicht. Deswegen, ähm... Das ist so 50-50. Ja, bei den Zuschauern sieht es wie folgt aus. Ähm... Ja. Auch da ist es genau 50-50. Ähm... Beziehungsweise kurz vor 50-50. Also ich muss ganz kurz fragen. Ein Stern oder ein halber Stern? Weil halber Stern gibt es nicht. Also ein Stern oder kein Stern. Das ist jetzt wirklich gerade eine sehr wichtige Frage. Weil das entscheidet jetzt, ja. Gib diese Person einen Stern und du bekommst einen Stern. Oder sag diese Person, ohne jetzt hier Namen zu nennen, du bekommst keinen Stern. Und dann bekommst du auch keinen Stern. Es liegt jetzt wirklich an einer Person. Bekommst du den Stern oder bekommst du nicht den Stern? Das ist jetzt wirklich die Frage. Also wie gesagt, es hat keinen Wiederspielwert. Es war nicht wirklich so spektakulär. Ähm... Von dem her. Und da kommt die Antwort. Es reicht nicht für einen Stern. Es tut mir leid, Pasi. Wie gesagt, es ist wirklich in dem Augenblick ein bisschen... Kreativität ist da, aber... Spektakulärer. Ein bisschen spektakulärer. Also wir haben wirklich schon viele Automatik-Level gesehen, ja. Die wirklich dann... BOOM! Richtig rausgekommen sind, ja. Bam, 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 bam. Und hier fehlt halt so das gewisse Etwas, ne. Trotz alledem bedanke ich mich ganz herzlich, äh... Lieber Pascal, lieber Pasi, für die Einsendung des Levels. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Troutrein. Tschö, tschö!